Als ich hier das erste Mal gekommen bin, das war alles neu und ein bisschen komisch. Sprache, Leben, alles. Aber mit der Zeit alles war ein bisschen einfacher und leichter. Im Moment ich arbeite als Teilzeit in einer Tankstelle und ich arbeite auch bei einer Firma, die heißt Juanita. Wir konnten miterleben, wie er eine tolle Entwicklung mitgemacht hat, wo er eigentlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer besser Deutsch gelernt hat und hat uns dann natürlich enorm auch unter die Arme gegriffen, indem er einfach nach den Materialien geguckt hat, geschaut hat, dass es den Jungs gut geht, dass sie alles so haben. Ich habe also so viel hier erlebt und das war wirklich eine schöne Erinnerung und deswegen ich will jetzt wiederkommen und alles wiedergeben, was ich gekommen habe oder was ich bekommen habe. Genau.